Hey Internet und YouTube, ne Runde Survival Games mit Grankrafter. Yeah, was geht? Und wir stehen direkt nebeneinander. Ab in die Mitte, okay. Go, 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 go. Ich nehm die Kiste, ich nehm die Kiste. Okay, du hast alles aus der Kiste rausgenommen, gut. Komm mir hinterher, komm mir hinterher. Ich werfe russes Pühnchen in die Luft, wuhu. Gut. Ich hab jetzt gar nix. Ne, ich hab leider kein Schwert für dich. Nicht so viel Glück wie in der Runde für mich. Genau, die Runde, die auf deinem Kanal ist. Das stimmt. Ja, wir laufen mal hier entlang. Warte mal, ich hab dich verloren. Ich hab dich verloren. Oh, ich bin auf die Ecke gelaufen. Ich bin links. Ah, Schutz heißt zu Ende. Oh mein Gott. Oh oh. Bist du immer bei dir? Doch. Ah, hier bin ich. Okay, wir müssen jetzt gleich eine waghalsige Aktion. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Das kannst du dann perfekt, Phos. Machst du manchmal sowas? Hast du ein Intor? Ne, ne, hab ich nicht. Ach, hast du nicht? Okay. Ähm, ansonsten hätte ich was, was du Phos Intor schneiden kannst. Das ist nämlich wie ich mich selbst in den Tod stürze hier vorne. Und depressiv beginnen die Folge. Ja. Und direkt so, so melancholische Musik dahinterlegen und dann, ja, okay. Also, Quantum. Alle Mitleid mit Dani. Du warst ein guter Mitspieler. Ciao. What the hell? Oh, ich bin wirklich hingefallen. Alter, ich wäre fast gestorben. Was machst du? Und ich soll jetzt nicht verrecken. Nein, nein, komm runter. Spring in die Learen. Oder so. In die Learen musst du springen. Ja, ich bin beinahe in die... Ich bin, ich hab's überlebt. Okay. Mit einem Herz. Ich bin auch runter gesprungen, wollte so auch ganz cool machen und ja, hat nicht ganz geklappt. Jetzt muss ich mich mal hier regenerieren. Ah, ich hab ein bisschen Rüstung für uns. Ich mach das mal so, ganz selbstlos. Ich mach mich hier erstmal zum Tank, der die Leute probiert zu töten. Hier, Schuhe für dich. Oh, die ist leer. Die ist leider leer. Komm, dann heb die Schuhe auf. Gib sie auf. Jawoll. Guter Kante. Guter Kante. So. Ähm. Okay, ich brauch jetzt... Oh, ich brauch was zum Essen, sonst kann ich mich nicht regenerieren. Hier. Ich hab was in die Luft geworfen. Ah, da ist ein Kompass. Soll ich jetzt was vom Boden essen? Ähm, musst du wohl, ja. Ich kann hier auch nochmal irgendwie was auf ein paar Steinblöcke werfen. Okay, den hier können wir jetzt vielleicht überraschen von hinten. Ja, ich hab leider gar nichts und ich hab nur zwei Herzen, also von daher... Okay, komm schon. Go, 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 go! Vorne ist noch einer. Kommt noch einer runter. Oh shit. Ne, den schaffen wir schon. Wir schaffen das meine... Bringt das was mit der Faust? Ähm, du kannst ihn in meine Richtung schlagen. Jaaa. So muss das. Perfekten ersten haben wir. Und den zweiten. Direkt hinterher. Komm schon. Komm schon. Ah, kannst du mich nochmal schlagen, Quantum? Ich dich? Ja, weil du hast kein Schwert. Dankeschön. Und? Oh nein, ich hab mein Steak genommen zum Schlagen. Ja. Egal, wir gehen erstmal hier hinterher. Auf dem Boden liegt nämlich noch das Schwert vom Anderen. Jemand schreibt Dreierteam. Damit sind aber hoffentlich nicht wir gemeint, weil wir machen ja... Nee. Oh, Viererteam auch noch. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Okay, hier unten liegen die ganzen Sachen. Da haben wir auch ein Steinshirt für dich. So kommst du? Ich bin hier, ich bin hier. Aber hier. Aber hier. Don't mess with Kranie and Quantum, ne? Die alte Straßenregel. So. Berüchtigte Gang. Also nee, warte. Das hier fixe ich. Dann hier. Schuhe hast du schon. Perfekt. Wenn du jetzt noch einen Stock hättest, wäre das sehr hilfreich für uns. Kranie Team. Nein sind schon. Dreierteam wäre dann noch ein bisschen unfair, oder? Findest du auch. Dreierteam ist schon hier ziemlich krass, ja. Ja. Er schmeißt dein ganzes Essen hin. Vor allen Dingen, er ist derjenige, der Team schreibt, nachdem ich ihn fast umgebracht habe. Ja, ist klar. Aber das ist öfter so. Kannst du mich schlagen mit einer Angel oder so? Ich hab nur das Schwert. Ich muss jetzt mal zu dir. Ich muss probieren, ihn irgendwie einzukästeln. Und auf der anderen Seite. Die Wasserkämpfer sind immer ein bisschen sehr ermüdend. Ich komm hinter dich und booste dich. Ach, der ist auch schlauter. Ich glaub, der weiß schon, dass wir uns gegenseitig halten. Aber jetzt will er campen. Was macht er jetzt? Er geht runter. Er ist traurig. Er trinkt. Er geht sterben. So, gehen wir an. Okay. Perfekt. Es gibt ja diesen Radar hier bei Gomahadi. Und der richtet sich immer auf den nächsten Spieler. Also nicht sehr hilfreich, wenn man ein Team ist. Also vorne sind aber welche. Oh, ich hab coole Schuhe für dich. Und auch ein Brustkanzler. Oh, sexy. Okay. Äh, hier einmal und da. Perfekt. Gut. Ähm, also wie gesagt, sobald du irgendwie einen Stock hast, meldest du dich. Ich hab nämlich, äh, was mit dem wir uns noch einen Eisenschalt basteln können. Zwei Eisen. So. Ähm. Dann laufen wir hoch in die Nähe der Mitte. Ist noch sehr gut besetzt, die Runde. Ach, da vorne ist eine Achtung. Wo, 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 wo. Fein. Der schießt mit Fein. Okay, okay, okay. Ich konnte ihm ausweichen. Oh, yeah. Oh, da sind zwei, da sind zwei. Das ist... Achso, ne, das bist du. Ja, ich bin der andere. Ich hab deinen Namen zu spät gelitten. Kein Ding. Kein Ding. Äh, du hast ein Herz? Mein Herz. Oh, ich dachte schon. Ein Herz. Feier auf. Eins ist in die Hose gerutscht. So. Äh. Trotzdem nubig. Da machen wirklich wohl welche, äh, ein Viererteam. Kriegen wir vielleicht noch ein paar kleine Probleme mit denen. Aber hey, wir sind Team Rocket, oder? Wir haben nicht mal Angst vor Dreierteams. Äh, Viererteams. Okay, ich hab ihn zweimal getroffen übrigens. Zwei gegen eins passt schon dann. Ja, ich bringe euch hier einfach hinterher. Ja. Und, äh, ich schaue so, wie du ihn langsam verprügelst. Aber nur sehr langsam, weil er die ganze Zeit abhaut. Ein langsamer Tod. Vielleicht machen wir auch einen coolen Lianensprung. Ach, perfekt. Ich hab ne gute Idee. Wenn ich diesen Lianensprung machen will, dann geb ich ihm einen Schlag mit der Angel. Und er fällt runter. Ja, perfekt. Gesehen? Äh, nicht ganz. Ach, schade. Verdammt. Wir holen uns trotzdem seine Sachen, oder? Wollen wir hier oben bleiben? Hat der was Gutes? Ich geh mal schauen. Äh, er hat ja immerhin schon mal nen Bogen. Das ist schon mal wünschenswert. Kommst du auch, oder was machst du? Ich schlängel mich hier langsam runter. Aber wir laufen am besten hier gleich wieder rechts an der Seite, weil wir wollten uns ja eigentlich zum Spawnen geben. Also wieder zurück, oder wir? Ja. Hopps. So. Okay, ich geh wieder runter. Nein, sonst kommen wir da oben hier am Berg entlang. Das geht deutlich schneller. So. Willst du auch nen Bogen? Ja, damit kann ich nämlich so gut umgehen. Äh, wenn jemand Quantumsbogenschäbe wundern will, einfach mein Video anschauen. So. Der Link ist zwar in der Beschreibung, aber ich war schon sehr gut. Also es lohnt sich schon. Also er hat länger überlebt als ich. So viel kann ich verraten. Aber ob er gewonnen hat, das kann ich nicht verraten. Oder vielleicht das mich ja sogar im 1 gegen 1 besiegt. Hä? Wo bin ich jetzt? Guckt's euch an. Guckt's euch an. So. Ähm. Ich bin irgendwo in das Haus hier reingefallen. Wie komm ich denn hier? Oh, ich hoffe du kommst überhaupt raus. Ja, ja. Bin draußen. Sehr gut. Ich bin der hier rechts. Hi. So. Ähm. Gut, wir sind schon wieder ganz gut ausgerüstet hier. Bis auf Essen. Ich bräuchte einmal irgendwas zum schnabulieren. Oh, perfekt. Da hast du ordentlich was. Und jetzt will ich nichts mehr hören, Phantom. Gibt's keinen Nachtisch? Okay. Nee. Was könnte ich dir als Nachtisch geben? Ich hab leider nichts Süßes. Wenn ich jetzt einen Kuchen oder so gehabt hätte, dann hätte ich den auch gestellt. Na ja. Ja. So. Ab geht's hier den Berg hoch. Wir sind schneller als der Wind. Haben wir irgendwas aus den Kisten bis jetzt? Wir haben nur von den anderen Spielern was übernommen, oder? In der ersten Kiste hatte ich eine Axt. Und dann haben wir uns alles geholt. Das ist Survival Games in seiner ursprünglichen Form. Wir können jetzt natürlich, wo wir schon recht gut ausgestattet sind, können wir uns mit einem... Oh! What? Wo kommt das her? Warst du es? Nein, ich hab nichts gemacht. Warst du es, Phantom? Ich war das nicht! Was war es? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat jemand... Da oben ist jemand mit Pfeil und Bogen. Okay. Oh, da oben! Wir laufen einfach hoch zu ihm und besuchen ihn mal. Unmöglich hier. Hi YouTube. Ich glaub, wenn das sehr war, dann ist er echt ein bisschen frech. Fragen wir ihn mal, was das sollte. Ah, da ist noch ein anderer. Da ist noch ein anderer. Komm, komm, folg mich, Phantom. Wir gehen ihn Besuch abstatten. Da. Da kommt er. Okay. Ja, den schaffen wir, den schaffen wir. Der hat echt nichts Gutes. So. Kannst du mich schlagen nach vorne? Warte. Oh. Okay, haben wir gar nicht nötig. Wir können einfach suchen. Perfekt. Hast du schon eine Hose? Ne. Hier ist eine. Eine Hose fehlt mir. Da ist eine Eisenhose. Ah, dankeschön. Mehr kannst du nicht erwarten. Ja, wenn ich schon keinen Kuchen kriege, dann halt eine Eisenhose. Ja, kannst du auch als Nachtisch essen. Ja. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Auf jeden Fall ein bisschen länger als meine Runde, oder? Ja. Ja. Das ist halt auch eine deutlich größere Karte, die wir hier spielen. Ah, okay. Survival Games 6 ist das übrigens. Bei mir haben wir Survival Games 4 gespielt. Ich merke mir das nie, dann welche Dächer ist immer. Okay. Da hat er uns gleich abgeschossen, aber da ist jetzt gar niemand. Okay. 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 Ob du diesen Sturz wohl überleben würdest? Ich weiß nicht. Na! Hey! Hey! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, du hättest ja auch nicht fragen können. Ob du springen willst? Ja. Nein. Ich hätt halt nicht abgelehnt, aber... Alle Kisten sind nun wieder aufgefüllt. Oh Gott. Ab zur Mitte. What? Achso. Oh, 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 oh. Au. Au. Die Aua gemacht. So. Gucken wir uns mal an, was hier steht. Da kriegen wir auch mal ein paar Kisten hier. Hier waren Pfeile drin. Das brauchen wir nicht. Ach doch, wir könnten uns... Ach, sag mal Bescheid, wenn du... Ah nee, ich hab ein Eisenschwert für dich. Hast du Diamanten zufällig? Zwei? Äh... Einen hab ich. Ach, komm schon. Einer muss hier doch noch irgendwo sein. Komm schon. Ich hab Eisenbeinschutz. Brauchst du da? Oh ja. Gleich wär das sehr nett. Ich muss hier erstmal... waghalsigst ein Eisenschwert craften. Oh, ich hab nur ein Eisenschwert hier drinnen und schön gefunden. Hab ich dir gegeben. Achso, du hast es mich... Okay. Ja. Hinter dir sind die Eisen-Ding? Ah. Wichtig, dass ich es auflöst. Warte. Ähm, wollen wir einfach wieder drauf loslaufen? Dankeschön. Vielen Dank. Oh, ich bin... Ich hab ja voll den schlechten Großpanzer. Da gibt's doch irgendwo was Besseres, oder? Komm schon. Komm schon. Ne, nix Besseres. Schade. Wo bist du, Quanto? Hier. Ah, du bist der. Gut. Äh, ach ich hab meinen Schutz noch gar nicht angezogen. Äh, laufen wir mal hier vorher. Es wird dunkel. Wir sind auch noch über ein paar Kisten, die wir uns holen können. Diaschwert. Oh nein. Oh oh. Das klingt nicht gut. Findet man das auch, oder nur craften? Bitte? Diaschwert. Nur craften, oder? Diaschwert, da kann man nur craften. Okay. Kommt schon Kisten. Man kann übrigens die Melonen abbauen bei Komma HD. Oh. Ah. Das ist ein kleiner Tipp, wenn du hier Survival Games spielst. Kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn wir nichts essen. Okay, die Kiste wird schon wieder gelootet. Das heißt, hier in der Nähe muss irgendjemand sein. Wir werden dich finden und dich töten. Das nenne ich mal eine gesunde Einstellung. Es ist schon wieder Nacht hier. Äh, wir laufen mal runter zum Strand. Da ist auch... Oh, hinter uns, hinter uns. Oh, oh shit. Das ist das Dreierteam. Oh Gott. Achtung, Quantum, rennen. Bist du bei mir? Ja, ich kämpfe gegen einen. Ich hab einen hab ich. Oh, du hast einen töten. Shit, aber da ist noch einer. Ich hab zu wenig. Lauf zu mir, Quantum. Lauf zu mir. Na, die schlagen mich. Wow. Oh, nicht Quantum. Ich bin gleich tot. Komm schon, den schaffen wir auch noch. Ich bin tot. Nein, ich hab dich getötet. Nein. 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 Du schaffst ihn alles. Es ist halb so wild. Halb so wild. Aber wie? Oh, ich seh die aus. Ach, du warst schon tot? Ach, du hast beide getötet. Oh Mann. Okay, dann bin ich dir. Ich bin dir jetzt richtig sau. Nein, schau. Hier ist noch ein Eisenhelm. Fuck. Ich glaube, das ist nämlich dein Plan. Du willst immer als Besserer stehen hier. Das war absolut, das war ein Versehen in der Hitze des Gefechts. Ja, 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 ja. Ich glaub dir kein Wort mehr. Weißt du, es... Ja, da waren so viele und ich sah nur noch Rot und Blut und... Insgesamt hast du jetzt vier Leute getötet. Irgendwann hab ich aufgehört zu sehen. Ich glaub, du hast echt das Gegnerische Team fast alleine zerstört. Also ich hab ab und zu mal ein Dings, äh... Ja, einen Schlag verteilt, aber du hast sie glaub ich all drei getötet. Ich guck mal hier im Chat eben. Oh, der hat schon wieder. Bist du geheilt? Ah, fast. Nein, das sieht mal gut aus hier. Wurde von iQuantum Pro getötet, wurde von iQuantum Pro getötet, wurde von iQuantum Pro getötet. Oh man, es tut mir so gut. Okay, jetzt komm schon. Oh shit. Oh, wo kommt der her? Oh, der hat ein Tierschwert. No, 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 no. Oh Gott. Bin ich hier in der... Achso, nicht in die Lava fallen. Naja. Stell dich einfach in die Ecke und warte. Stell dich in die Ecke und sneak. Einfach sneaken, nein, ich mach doch. Leid dich draußen. Was, sneaken? Achso. Äh, schleichen, dass sie gegeneinander kämpfen, ja. Dann erstmal gegeneinander kämpfen. Ich glaub, sie wissen nicht, wen sie angreifen sollen. Oh oh. Von rechts, von rechts. Ja. Lass das. Ich stecke hier fest. Okay. Bleib einfach warten. Wieso Screen? Was, welchen Screen? Mit dir will ich einen Screenshot machen wahrscheinlich. Ja, ich hab... Steht für Screenshot. Oh, ich hab nur noch drei Herzen. Du könntest ihn natürlich verraten. Und sagen, hey komm, wir machen einen Screenshot und natürlich sehen einfach. Oder bist du nicht so ein YouTuber? Das wäre fies, sowas meine ich nicht. So, sowas mach ich. Manchmal. Los, ein Quantum Pro. Schreib mal fair oder so. Was heißt fair? Äh, ja, dass ihr wartet, bis der andere regeneriert ist und mit denselben Schwertern kämpft. Um zu sehen, wer der Bessere ist. Achso. Naja. Warum will er jetzt den Screen? Das ist blöd, finde ich jetzt natürlich. Weil das nimmt jetzt... Das finde ich nicht zu präckend. Ja. Ja. Ja oder nein. Er fragt, ob er einen Screenshot kriegt. Ja und dann tötet er mich. Schreib einfach nach der Aufnahme. Oder du tötest ihn jetzt, weil es sowieso doof ist. Nachher natürlich. Sehr gut. Das hat sich für die sozialere Variante entschieden. Wie wann? Was ist denn das jetzt? Ich will hier nicht chatten. Ich will kämpfen. Dann renne einfach drauf los und töte ihn. Komm, das ist Survival Games. Mach's einfach, Quantum. Log ihn. Oder? Ja. Du schaffst das, Quantum. Geh einfach drauf und töte ihn. Ach, er holt dir dann ein Dia-Schwert raus. Jetzt kannst du ihm die Lava schützen. Ich glaube, er wollte jetzt... Er gibt dir jetzt... Ende den 60. Drei. Zwo. Los geht's. Du schaffst. Okay, ich hab... Chance! Okay. Oh, gut. Gut, mach weiter. Du kannst es schaffen. Komm schon, Quantum. Komm schon. Nein! Fuck! Sehr gut, GG. Gut, GG. Von meiner Seite. Schön gekämpft. War doch eine lustige Aufnahme, würde ich sagen, oder? Ha! Gut, ja. Bis auf deinen Tod, das tut mir... Da kann ich mir was anhören. Nein, musst du nicht. Ich verzeihe dir, Quantum. Kein Problem. Du kannst mich jederzeit töten. Sag einfach Bescheid, schreib mir eine Nachricht in Skype oder so und dann... Komm, du kannst mich natürlich klicken. Alles klar. Ja? Das ist doch super. Okay, gut. Na gut, dann lasst doch dem Quantum mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen. Und ja, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao! Tschüss! Tschüss!